So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einem neuen Let's Play von Pathfinder Kingmaker. Ja, wir sind hier in einem Schloss unterwegs, wir haben Assassinen angegriffen und wir sollen jetzt hier die Chefin irgendwie, ähm, sollen wir helfen und von daher, wenn wir das mal versuchen, wir sollen hier durchs Feuer gehen. Ich bin auch so ein bisschen skeptisch, ob das so Sinn macht, aber wir probieren dann einfach mal. Er hat gesagt, einfach Luft anhalten. So, illustrierte Buchepisode. Manche Spielereignisse laufen als illustrierte Buchepisoden ab. Die während dieser Episoden getroffenen Entscheidungen können drastische Folgen für die Handlung des Spiels haben. Wie bei Dialogen musst du dabei häufig diverse Fertigkeitswürfe machen. Abhängig von den Umständen musst du manchmal ein Gruppenmitglied wählen, das eine Aktion ausführt und manchmal wird eine Aktion automatisch von dem Charakter mit dem höchsten Fertigkeitsbonus ausgeführt. Okay. Und so begann unser Abenteuer. Früher und tragischer als erwartet von der Schar, die sich gestern noch im Saal versammelt hatte, waren nur noch eine Handvoll tapferer Seelen unter der Führung von Theodor übrig. Und nicht unter der Führung dieses Halunken Tartuccio, egal wofür er sich selbst sich gehalten haben mochte. Ja, Mann, die Aldori erwartete uns bereits, aber um zu ihr zu gelangen, mussten wir buchstäblich durchs Feuer gehen, als wir uns dem brennenden Gebäude näherten. Übergossen wir uns mit mehreren Eimern Wasser, einen weniger gefährlichen Weg zu finden, bedeckten wir unsere Nasen und Hünder, bevor wir hineinstürmten. Übergossen wir uns mit mehreren Eimern Wasser. Umsicht ist der Schlüssel zum Sieg. Bevor wir uns in das Feuer wagten, übergossen wir unsere Gewänder und Haare mit reichlich Wasser. Danach bedeckten wir unsere Nasen und Hünder, bevor wir hineinstürmten. Es war gut, dass wir keine Zeit verloren hatten. Nachdem wir das Gebäude betreten und uns einige Schritte hineingewagt hatten, stürzte die Wand hinter uns mit einem schrecklichen Knirschen ein und versperrte uns den Rückweg. Wir hatten zwar nicht vorgehabt, zurückzukehren, aber wären wir nur etwas später gekommen, hätten uns die brennenden Balken und glutheißen Ziegel zweifellos unter sich begraben. Nun gab es für uns nur noch einen Weg. Die heiße Luft brannte in unseren Lungen und unsere Augen tränten angesichts des Rauchs. Doch Theodor führte uns mit historischer Ruhe durch die Flammen, während Tartuccio keinen Finger rührte. Wir hatten gerade den Gang erreicht, der zum Bankettsaal führte, als jemand unseren Namen rief. Es war Valerie, eine der Wachen, mit der ich im Bankettsaal geplaudert hatte. Schon damals in dieser friedvollen Umgebung war ich von ihrer Schönheit betört gewesen. Aber nun, inmitten von Rauch und Flammen, sah sie aus wie eine Racheengel. Eine gerüstete Gottheit, gleichsam bedrohlich, schön und barmherzig, die aus den höheren Sphären herabgestiegen war, um uns Armensterblichen beizustehen. Auf ihren Armen trug sie eine Wache, die dem Tod näher war als im Leben. Da sind noch zwei mehr, schrie sie, als sie an uns vorbeieilte. Sie sind verwundet. Helft mir, sie rauszubringen. Tartuccio murmelte, dass Yamandi auf uns warten würde. In der Zwischenzeit versuchte Theo da, stürmten wir voran, um die Wachen vor dem Feuer zu retten. Riefen wir Valerie zu, anstelle der Wachen gemeinsam mit uns Yamandi Aldori zu helfen. Komm, wir sind totale Helden. Wir retten die Wachen. Athletikwurf erfolgreich. Super. Okay, sehr cool. Zustände. Einer deiner Charaktere ist erschöpft. Das ist nur einer der negativen Zustände, die sich im Verlauf des Spiels befallen können. Wenn ein Charakter von seinem Zustand betroffen ist, wird bei seinem Porträt ein Symbol angezeigt. Um mehr über den Zustand des Charakters zu erfahren, öffne sein Charakterbildschirm. Ähm. Okay, das meinen die wahrscheinlich nicht. Die meinen wahrscheinlich das hier. Was ist sie denn? Tunschild-Experte. Wo ist denn der Zustand? Na, Erschöpfung. Vier Stunden. Kann ich das nicht irgendwie wegnehmen? Und der Kleriker vielleicht? Gucken wir doch mal, was der Kleriker kann. Kann ich nicht irgendwie hier haupt das Chaos? Positive Energie fokussieren. Brechen behandeln. Kranken oder Vergifteten. Ne, ist nicht wirklich das Richtige, ne? Verderben. Wollen wir nicht mehr. Äh. Kann die vielleicht irgendwas? Auch nicht wirklich. Und er ja irgendwie sowieso nicht. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen... Oh, wo ist das denn? Spielspeichern. Können wir auch mal machen. Reichen. So, dann würde ich sagen... Bringt das ja nix. Müssen wir los. Ach da, was ist denn? Mit denen kann ich die nicht irgendwie... Wäre ich denen nicht Heilträge geben oder so? Okay. Schade. So, Rainer. Nicht eingesammelte Beute. Wenn du einen Ort verlässt, kannst du dir aus... Kannst du dir ansehen, welche Beute du von besiegten Gegnern noch nicht eingesammelt hast. Und kannst entscheiden, ob du sie noch mitnehmen oder zurücklassen möchtest. Okay, das ist ja cool. Nö, eigentlich... Wenn du Crap war. Ja, und jetzt geht bitte da durch die Tür. Hä? Geht. Da. Okay. Gehen wir jetzt da rein oder was? In diesen Thronsaal, in dem wir am Anfang waren? Ich bin mir sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich denke mal, dass wir da jetzt reingehen. So. Ei, 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 ei. Verstärkung ist schon, oder? Schwägt einiges Gebet, das ist unser. Alter! What geht denn hier ab? Mach die alle. Mach die mal alle weg da. Mach die mal alle weg hier. Da, den da. Hier, Kluftmedium. Das musst du wegmachen. Pass mal auf. Da müssen wir ein bisschen geschickter machen. Du ballast den ab. Du ballast da drauf. Du nimmst auch den. Du ist ja schon tot. Gehst dann da drauf. Du auch da drauf. Und du gehst auch da drauf. Alter, was ist denn hier los? Was ist das denn? Eine Hydra oder war die satt? Alter. Erastil sei gepriesen. Wir haben es geschafft. Das war's. Dann zählen wir jetzt wohl mal unsere Verluste. What? Alter Schwede. Obwohl, ich ehrlich sagen muss. Ich glaube, wir müssen das echt ein bisschen schwieriger stellen. Das ist ja... Was? Schlagen ist mega. Die gehen wir auf jeden Fall mit. Habe ich die jetzt alle gelootet? Wollen die alle gleich angezeigt? Ja. Miri, Valerie. Da ist noch ein Skelett. Eieieieiei. Ein Frostriese war das. Vielleicht für den Zwerch hier so ein Kid nimmt. Eieieieiei. Ne, das ist sie. Okay. Als Yamandi wieder zu Atem kommt, lässt sie ihren Blick über den verwüsteten Bankettsaal schweifen und grüßt die Überlebenden. Danke für eure Tapferkeit und euren Mut. Der Feind war stark, doch wir waren stärker. Und das heißt, ich habe die richtige Wahl getroffen. Wie ich es mir dachte, waren würdige Anführer unter euch. Teoda und Tartuccio, um genau zu sein. Ihnen danke ich besonders für die Tapferkeit und Besonnenheit, die sie bei der Verteidigung des Anwesens gezeigt haben. Allerdings bedeutet dieser Angriff, dass wir noch weniger Zeit haben, als ich dachte. Jemand weiß bereits von unseren Plänen und versucht sie zu durchkreuzen. Ihr werdet umgehend zu eurer Expedition aufbrechen. Lady Aldori, ich weiß, wer hinter diesem Angriff steckte. Der niederträchtige König von Pitax, Irovetti. Und ich weiß auch, wer hier der Anwesenden für ihn arbeitet. Nach einer dramatischen Pause deutet Tartuccio mit einem Finger auf dich. Teoda zeigt allen den Ring, den ihr tragt. Dachtet ihr, ich würde Irovettis Siegel nicht erkennen? Deshalb wurde er nicht getötet. Die Banditen haben ihn an diesem Siegelring als einen der ihren erkannt. Alter, was ein kleiner Drecksack, ey. Alter Schwede, komm du mir mal nach Hause, ey. Diplomatie. Tartuccio hat mir eine Falle gestellt. Er war es, der mir diesen Ring gab. Wissen, Weltwurf, ich habe keine Verbindung mit Nachpitax. Aber Tartuccios Namen, seinen Akzent und den Gewinner nach zu urteilen, stammt er von dort. Wer von uns sieht eher wie ein Spion von Irovetti aus? Angreifen, Lügner, Diplomatie machen wir. Ja, ein derartiger Schachzug wäre typisch für Irovetti und seine Handlanger. Trotzdem kommt mir das Ganze verdächtig vor. Unter uns ist definitiv ein Spion. Aber wer, Tartuccio oder Teoda? Im Moment steht Aussage gegen Aussage. Ich fürchte, ihr steht beide unter Verdacht. Ich wette mein Leben, dass Teoda gewiss kein Spion ist. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er mit diesem Gesindel umgesprungen ist. Wie ein wahrer Krieger. Ich werde für ihn durchs Feuer gehen. Diese violette Alunke allerdings. Amiri spuckt angewidert auf den Boden. Er hat die Augen eines Spions und die Visage eines Spions. Lady Aldori hört nicht auf diese starkköpfige Barbarin. Sie weiß nicht, was sie da redet. Während des Angriffs hat Teoda sein wahres Gesicht gezeigt. Er hat uns gezwungen, in die Rüstkammer einzudringen und euch zu bestehlen. Du kleines Drecksschwein. Und nicht nur das. Als wir in der Rüstkammer den Sold der Wachen fanden, hat er sich sofort die Taschen gefüllt. Rechtschaft neutral. Diplomatie 15. Wir hatten nicht vor, das Geld zu stehlen. Wir wollten es nur vor den Manditen in Sicherheit bringen. Chaotisch neutral. Und wenn schon die Wachen waren, nicht in der Lage, ihre Pflicht zu tun. Und also beschlossen wir, ihnen eine Lektion zu entteilen. Nein, wir wollten es ihnen Sicherheit bringen. Gescheitert. Ein Dieb, der auf frischer Tat ertappt wird, würde dasselbe sagen. Scheiße. Danke. Valerie. Das war eine vernünftige Entscheidung. Manchmal muss man auf eigene Gefahr handeln. Solange man die Grenzen des Erlaubten einhält, ist Eigeninitiative kein Verbrechen. Diebstahl ist natürlich unverzeihlich. Aber wenn man inmitten von Flammen an der Schwelle des Todes steht, ist es da nicht irrsinnig, sich über Gesetze und Regeln Gedanken zu machen. Immer wie mir auch gedacht. Was ist mit dem Trick, den er abgezogen hat, bevor wir hier reinkamen? Nicht wirklich. Er wusste ganz genau, dass ihr mit dem Feind ringt. Aber anstatt euch zur Hilfe zu eilen, hat er getrönt, solange er konnte. Er ließ alle stehen und liegen, um Leute aus dem Feuer zu retten, obwohl die Wachen alles im Griff hatten. Theodor hofft offenbar, er würde zu spät kommen und euch nur noch Tod auffinden. Alter, ey. Vor meinen Augen sind Leute gestorben. Wie hätte ich da tatenlos zusehen können? Ich hätte nicht ohne guten Grund gerettet, tote Soldaten in Nuttos. Aber die Verwundeten... Ne, hier. Neutral gut. Ist das euer Ernst, Tatuccio? Wollt ihr Theodor wirklich vorwerfen, dass er Leute aus einem Feuer gerettet hat? Möge Schillin mir ersparen, dass ich jemals eine solche Entscheidung treffen muss, aber Theodor hat sich anständig verhalten, wie ein wahrer Anführer. Ein wahrer Anführer hat klare Prioritäten und würde um irgendeines Dieners Willen niemals das Leben eines wertvollen Verbündeten gefährden. Schluss mit dem Geschwätz. Ich bin immer noch nicht sicher, wem von euch ich trauen kann. Allerdings ist das Risiko zu groß, die ganze Angelegenheit in die Hände eines Spions zu legen. Ich sage euch, was wir machen. Es werden zwei Gruppen aufbrechen. Eine unter der Führung von Tartuccio und eine unter dem Kommando von Theodor. So kann ich wenigstens sicher sein, dass eine der beiden Gruppen meine Interessen in den Raublanden vertreten wird. Lady Aldori. Valerie verneigt sich respektvoll vor der Schwertfürstin. Die meisten der Leute, die in die Raublande reisen sollten, wurden getötet und die Überlebenden brauchen Hilfe. Bitte gestattet mir, mich der Expedition anzuschließen. Ich bedauere es zwar, eine so talentierte Kriegerin zu verlieren, aber ihr habt recht, Valerie. Sie brauchen euch im Moment dringender. Geht und möge aber da mit euch sein. Welcher der beiden Gruppen wollt ihr euch anschließen? Wenn es Theodor recht ist, würde ich mich gerne seiner Gruppe anschließen. Es scheint in meinen Augen ein würdiger Kommandeur zu sein. Kommandeure, militärische Anführer, alle die Gesetze und Regeln sind nichts als Staub und Tant. Ich denke, ich werde mit Tartuccio gehen. Achso, das sagt der Harim. Kommandeure, militärische Anführer, alle diese Gesetze und Regeln sind nichts als Staub und Tant. Ich denke, ich werde mit Tartuccio gehen. Boah, voll in der Nacht. Das geht so auf die Stimme, ey. Ich bin jetzt, glaube ich, seit einer knappen Dreiviertelstunde am Letzten, oder seit einer Stunde oder so, ey. Das geht echt voll auf die Stimme. Da muss ich nicht überlegen. Theodor, ich komme mit euch. Was dich angeht, du violette Kröte, warte nur, bis wir uns unterwegs treffen. Dann knüpfe ich da eine hinterlistige Leiche an einen Baum. Also schön, wir haben zwei Gruppen. Um unterwegs unnötige Konflikte zu vermeiden, werdet ihr auf unterschiedlichen Routen in die Raublande reisen. Tartuccios Gruppe wird zu Nivaktas Kreuzung marschieren. Der dortige Garnisonskommandant wird ihm jede Hilfe gewähren, die er braucht. Theodor wird seine Gruppe zu Oleg Levitons Handelsposten führen. Der gute Mann beklagt sich nun schon seit einer ganzen Weile über Banditen des Hirschkönigs. Dort bekommt ihr sämtliche Vorräte, die ihr für eure Reise braucht. Erhaltende Gegenstände, Rastvorräte und Ration mal vier. Signierte Schriftrolle und von Tote erwecken. Theodor, ich würde euch gerne glauben, aber ich weiß nur allzu gut, wie überzeugend Verräter und Spione sein können. Wenn ihr wirklich unschuldig seid, hoffe ich, ihr könnt mir diese Vorsichtsmaßnahme verzeihen. 125 Erfahrungen erhalten. Während eurer Abwesenheit wird Kesten die Ereignisse dieser Nacht untersuchen und herausfinden, wer in Restorf für Pitax arbeitet. Aber ihr solltet wissen, dass Pitax nicht unsere einzige Sorge ist. Auch das Königshaus der Surtowa könnte versuchen, unsere Pläne zu durchkreuzen. Bis jetzt konnte ich diese Angelegenheit geheim halten. Aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Ich würde sagen, ihr habt höchstens drei Monate. Danach wird alles, was ihr erreicht habt, sinnlos sein. Und nun lebt wohl. Dieser Kampf war nur die erste Prüfung auf eurem Weg. Und ihr habt sie als wahre Champions von Restorf bestanden. Möget ihr alle weiteren Hindernisse ebenfalls überwinden. Fürchtet nichts, meine Freunde. Und kehrt siegreich zurück. So, what new? Boah. Egal, wir haben die Kohle. So. Die Raublande. Nachdem wir eine schreckliche Nacht überlebt hatten, brach unsere Gruppe auf, um sich ihrem Schicksal zu stellen. Nehmt euch in Acht, der Raublande, die Helden nahen. Okay. Kartenbewegung. Das ist eine Karte der Raublande und ihrer Umgebung. Um aufzubrechen, klicke auf einen der Pfeile in der Nähe deines Gruppensymbols. Du kannst die Positionen wichtiger Orte in Erfahrung bringen, indem du mit Charakteren redest oder bei deiner Reise darauf stößt. Nachdem du von einem Ort erfahren hast, musst du den Weg dorthin selbst finden. Unterwegs kann es zu Zufallsbegegnungen kommen. Möglicherweise wirst du von Monstern angegriffen oder du triffst auf neue Bekanntschaften. Nachdem du den Schauplatz einer Zufallsbegegnung verlassen hast, kannst du nicht mehr dorthin zurückkehren. So, Freunde, wir sind auf der Karte unterwegs. Ortsnamen anzeigen. Das ist doch schon mal gut. Wenn es euch gefallen hat und ihr meiner kranken Stimme langsam ein Lob dalassen wollt, dann würde ich mich über ein Like freuen auf jeden Fall. Und wenn ihr den Channel abonniert, würde ich mich noch mehr freuen. Lasst einfach positives Feedback da. Schreibt doch mal einen netten Kommentar. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Pathfinder Kingmaker. Ja, Freunde, nach mir macht es richtig Spaß. Bis dahin, alles Gute. Euer Theodor. Ciao, ciao.